Die Zaubererde. Das machen wir jetzt. Naja, ich will erstmal für die neue Woche Medieval Parts haben, dass wir jetzt schon zum Schauen. Soll ja auch so sein. Deswegen mache ich das. Weil im Moment mich dieses Spiel ein bisschen mehr bockt, als irgendwas anderes. Das sieht schon echt mies aus. Mal sehen, was man hier trotzdem findet. Da könnte ich rein. Hier komme ich wohl möglich her. Hat sich hier nicht eiltippt? Da kann ich gar nicht rein. Erstmal mache ich die hier weg. Alter, die kippen mir tierisch auf den Sack. Ich habe echt viel Leben hier verliert. Nicht eintreten. Dieses Tor führt zur Gruft der Schattendämonen. Zu den Schattendämonen. Mhm. Erdrohne erforderlich. Alles klar. Es gab einmal einen Hexenzirkel in den Höhlen unter dem Friedhofshügel. Seitdem riecht der ganze Wald danach. So, was kann ich hier machen? Ich glaube bestimmt das hier. Wer hat die Waldhexe gerufen? Wer war das, Sir Fotoskew? Verzeihung. Ich bin noch nie einem wahren Helden begegnet. Oh, verzeiht mir. War nur ein kleiner Scherz. Bin ehrlich froh, euch zu sehen, Sir Fotoskew. Ich brauche sieben Bernsteine, die im Ameisennest versteckt sind. Bringt sie mir und ich will euch gebührend belohnen. Ich frage euch nur einmal. Na, wollt ihr es versuchen? Äh, ja. Pardon, hab ich euch nicht gesagt, ihr müsst auf Insektengröße schrumpfen? Oh, schnell zurück! Die Ameisenhöhen. Ach du Scheiße. Oh nein. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird das so einfach schaffen? Okay. Dieses Zauberportal stammt von den Feen. Sie erbauten es offenbar, damit etwas in den Tunneln darunter nicht entkommen kann. Was soll ich denn hier tun, bitte? Was soll ich denn hier tun, bitte? Doch still, hört ihr die Ameisen-Soldaten kommen? Los, stellt euch der tödlichen Insektenarmee! Ameisen-Soldaten-Soldaten. Ach so. Okay. Danke für die Rettung, Sir. Mein Volk will nur in Frieden mit der Natur erleben. Aber die böse Ameisenkönigin hält einen Teil von uns hier fangen. Habe ich hier echt jemanden befreit? Ich bin immer auf die Gegner gespannt. Ach so. Ach so. Ich bin immer auf die Bühne. Und... ...lafen... ...deh. Und... So, wo lang? Ihhh, was ist das denn? Bernstein! Dafür muss ich sieben Stück sammeln? Mhm. Was schon überhaupt das alles zu entdecken? Was schon? E. Marafu. Wow. Gettet. Das war also dieser Durchgang. Naja, hier geht es dann weiter. Und da geht es dann weiter. Okay. So, mal drei, vier bräuchten. Und hier ist wohl die Königin. Bevor wir da hingehen, die ich jetzt mal alle haben, die es gibt. Da muss ich alle auch retten. Ey. What the fuck, was ist das hier alles? Aufladen. Bam. Aber wir finden auch mehr Geld, mehr Leute. Hier. Können wir nicht zerstören. Leider nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Äh. Hier ist auch noch einer. Und weg mit dem. Ja. Wenn ich das Spiel fertig habe, ähm. Dann werde ich mir auch wahrscheinlich schon bald auch. Bond im Warfare. Ja. Da ist ja schon so Bock drauf. Jungen, Bond im. Es legt. Ja. Wujer. Ja. Da kommt das zu. Ja. 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 Nein. Ja. Wenn ihr tapfer genug seid, noch weiter zu gehen, gelangt ihr in die Kammer der gefürchteten Ameisenkönigin. An mir war es oder war nämlich noch so ein Bereich, wo ich noch hinwollte? Hier. Okay. Okay. So, die. So. 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 Oh, die ist mir kaputt. Es ist nicht so easy. Oh, warte mal. Exit. Verdammt, ich bin gleich weg. Ah, nein! Ey, ich will das jetzt nicht alles nochmal neu machen, dann höre ich euch total auf. Ja, ich muss es nochmal machen. Ne, so habe ich keinen Bock. Na gut, wenn es euch bis hin gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ein Abo und einen Kommentar. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein paar Likes mir dann. Naja, beim nächsten Mal machen wir dann die Ameisenkönigin, werden die besiegen. Definitiv, ich werde nochmal bis dahin zocken, auf alle Fälle. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen, das mache ich nicht mal heute. Von daher, haut rein bis dahin und ciao.